Was geht ab Freunde der Fische? Nick hier. Ich denke dieses Video ist absolut überfällig, denn Coin2Fish ist aktuell in einem sehr 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 wackeligen Stage und der Token geht immer immer weiter runter. Das Ganze hat natürlich alle seine Gründe. Der Marketplace wurde unter anderem disabled, die Beta kam nicht so wirklich an, war ziemlich wack muss ich sagen und und und. Aber das Ganze kann natürlich auch Vorteile haben und wie ich mich jetzt aktuell verhalte und worauf ich hoffe, das erzähle ich euch in diesem Video. So, werfen wir mal einen Blick auf den Chart von Coin2Fish. Es ist so ziemlich genau vier Wochen her, dass das ganze Projekt so richtig losgelegt hat. Ich hatte persönlich mein erstes Video zu Coin2Fish am 21.11. gedroppt, wo ich einen Kurs von 0,34 Dollar hatte. Extrem geil, um gut zu investieren und ich habe diesen ganzen fetten Hype mitgemacht, wo wir hochgepumpt sind bis auf, na wie viel sind es? 2,28. Viele haben auf diesem Weg dahin viele Fische gekauft und viele neue Leute angezogen und aufmerksam gemacht auf dieses geile Projekt. Nur dann plötzlich kam das erste Announcement. Scam-Verdacht. Der Preis also fiel um einiges und er hat sich nie so wieder richtig erholt. Weiter und weiter fiel und die einzige Hoffnung war tatsächlich die anstehende Beta. Diese wurde versprochen für Ende November und wie ihr hier seht, wir sind mittlerweile am 30.11. angekommen, keine Beta zu sehen. Anfang Dezember gab es noch mal ein wenig Hoffnung, doch plötzlich kam das Schlimmste, was nur passieren konnte. Der Exchange hatte Probleme und der Marketplace wurde aufgrund von Bot-Problemen disabled. Wir crashten immer weiter, 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 weiter und mittlerweile sind wir unter 0,1. Die Frage ist natürlich jetzt, wo wird das Ganze hier enden? Was also das Game meiner Meinung nach braucht, ist guter Content. Diese Relevanz sehen wir tatsächlich daran, dass vor kurzem ein kleiner PvP-League kam und sofort der Preis ein wenig anstieg. Aber ich möchte tatsächlich jetzt nochmal ganz kurz einen kleinen Blick in die Beta werfen, was hier gar nicht so gut aussieht, meiner Meinung nach. Ich bin tatsächlich ein großer Fan des Angelns und ich habe tatsächlich fast meine gesamte Nahrung immer selber geangelt und nicht gekauft. Hier haben wir nun einmal das neue Angeln in der Beta und ich muss ganz ehrlich sagen, das davor war schon nicht anspruchsvoll und das jetzt ist gefühlt noch lower. Womit ich schlussendlich sagen muss, ich mochte das Browser-Game-Angeln sogar mehr. Ansonsten muss ich noch sagen und ich weiß, ja, das sind sehr, sehr harte Worte, fühlt sich das Coin-to-Fish-Metaverse sehr, sehr tot an. Wir haben hier ein paar Räume mit absolut almost keine Funktion. Ich meine, yay, cool, da gibt es ein paar Links. Weitere Hütten stehen einfach leer, wo angeblich noch Content kommt. Und hier in diesem Haus können wir unsere tollen Memes anschauen. Way. Ansonsten gibt es hier noch einen leeren Strand, wo kein Schwein chillt. Was tatsächlich nochmal ganz interessant werden kann, dass es hier noch einen Verkäufer gibt, der mir eine Limonade verkaufen möchte. Es könnte irgendein neues Item sein, who knows. Und ansonsten gibt es hier noch einen Quest. Und sowas ist tatsächlich interessant. Sowas wäre relevant. Sowas ist nice. Aber leider ist der Bestand dieser Quest einfach nur so ein kleines, hässliches Vieh auf dem Boden zu finden. Und das war's. Danach kommt ein komischer Twitter-Post. Nope. Und zu guter Letzt der Daily Reward. Um jetzt unseren kostbaren Apfel, der uns täglich so gut schmeckt, zu erhalten, müssen wir jetzt mühselig mit der Schaufel hier ein bisschen rumgraben. Und wow. Selbst den gibt es nicht mehr, sondern ab heute fressen wir Seelgras. Nun stellt ihr euch jetzt sicherlich die Frage, oh fuck, was ist jetzt unsere Hoffnung? Und ich glaube genau das hier. Ich hoffe tatsächlich, dass PvP wieder einen neuen Aufschwung ins Game bringt und es bald released wird. Es gibt immer mal wieder hier und da Leaks und tatsächlich heute hat einer der Devs über PvP Beta gesprochen. Aber auch tatsächlich hier ist wichtig, dass nicht alles nur in der Beta stecken bleibt, sondern auch bald released wird. Und ja, tatsächlich, ich kann euch verstehen, die Frustration ist sehr, sehr groß. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Denn dieses Game hat ein Orakis System. Und vom Ding her, es ist so scheißegal eigentlich, wie der Tokenpreis ist, ob er stable bei 10 Cent ist oder stable bei 1 Euro. Ihr verdient immer gleich viel mit euren Fischen. Klar, wenn wir jetzt hier konstant immer, immer weiter droppen, ist das natürlich kein geiler Fall. Aber das Orakis System besagt, ihr bekommt immer einen Korallenwert eurer Fische abhängig vom aktuellen Tokenpreis. Das heißt, ihr kriegt denselben Reward bei 10 Cent wie jetzt, wie bei einem Dollar. Und das heißt ganz einfach, füttern, 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 Freunde. Und all die Korallen, so tue ich es tatsächlich gerade, ich sitze nämlich auf 750 Korallen, werde ich aktuell einfach nur hodeln und erst bei besseren Kursen verkaufen. Und ja, ich weiß, ein Simple Egg kostet aktuell fast 400 Coins mit dem Revcode Nikcoin, natürlich ein wenig weniger. Aber das sind tatsächlich umgerechnet, aufgrund des Orakis, immer 32 Dollar. Absolutlich Revcode, 6%. Und das ist dasselbe sogar auch für das Rare Egg, welches immer 60 Dollar kostet. Das heißt, rein theoretisch könnte man sogar jetzt noch investieren in das Game. Und ich habe sogar letztens untersucht, ob es mehr Sinn macht, Eier zu kaufen oder Fische aus dem Marketplace. Aber da aktuell der Marketplace down ist, geht es gerade eh nicht, weshalb Eier eine interessante Alternative sind, aber das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Diese Daten habe ich erhoben am 6.12. und zwar kurz bevor der Marketplace down ging. Wichtig ist nämlich hier, dass wir einen Vergleich haben, wie teuer Fische sind im Markt. Und für einen Fisch der Rareity Stufe 1 haben wir ca. 100 gezeigt. Für einen Fisch der Rareity Stufe 2 haben wir 200, 3, 300, 4, 400 und so weiter. Das Ganze war tatsächlich sehr, sehr interessant zu betrachten, bei einem Kurs von ca. 0,2. Ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen können, dass das Verhältnis zwischen Markt und Eiern dasselbe ist, unabhängig vom Preis, dann können wir diese Rechnung für heute fortführen. Wichtig ist hier nämlich im Endeffekt nur die Prozentwerte. Ich weiß, es kann sein, dass die einen oder anderen jetzt denken, yo Nick, schalt mal einen Gang runter, ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Aber dann pausier am besten einmal kurz das Video und schaust dir ganz in Ruhe an. Oder du schreibst mir auf Discord und ich erkläre es dir nochmal genauer. Also nochmal zusammengefasst, da die Wirtschaft auf einem Orakis System basiert und wir aktuell ca. 1 Coin von 10 haben und zur Aufnahme dieser Charts 1 Coin von 20 haben, ist das Ei automatisch doppelt so teuer, weil der Token doppelt so schwach ist. Das heißt im Umkehrschluss, ihr könnt alle diese Zahlen mal 2 nehmen oder je nachdem, wie auch immer der Token bald aussehen wird, es euch einfach ausrechnen. Aber wie gesagt, am wichtigsten sind die Prozentzahlen. So, jetzt die große Frage, was sagt uns diese Übersicht? Gucken wir uns erstmal das Simple Egg an. Bei einem Tokenpreis von 20 Cent haben wir Kosten für das Ei von 160 Korallen, bekommen aber bei einem Common Fish einen Umsatz von 100 Korallen wieder raus. Sprich Profit von minus 60 Korallen. Laut Wiki ist die Chance, ein Common Fish aus einem Simple Egg zu bekommen zu 56%. Was spricht, ihr macht zu 56% einen Verlust, wenn ihr ein Ei kauft. Grundsätzlich würdet ihr jetzt sagen, na gut, das klingt ja nicht so gut. Aber zu 44% macht ihr Gewinn und je nachdem, wie lucky ihr seid, kann das richtig, richtig, richtig gut ausgehen. Auch hier wieder abhängig vom Tokenpreis, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr zu 44% Gewinn macht, fällt der tatsächlich, wenn ihr Glück habt, deutlich höher aus, als im Vergleich der Verlust. Noch interessanter wird jetzt nun das Rare Egg, welches bei einem Tokenpreis von 20 Cent ca. 300 Korallen kostet. Dies ist euer Einsatz und ihr bekommt zu 18% einen Common Fish raus, welcher laut Markt leider nur 100 Korallen wert sind. Hier würdet ihr einen deutlichen Verlust von 200 Korallen machen und ebenfalls, wenn ihr zu 20% einen Uncommon Fish bekommt, würdet ihr ebenfalls bei minus 100 Korallen sein. Das Ganze beträgt eine Wahrscheinlichkeit von 38%, dass ihr einen Verlust erlangt. Bei einem Rare Fish hingegen, welchen ihr zu einer Wahrscheinlichkeit von 28% bekommt, seid ihr tatsächlich breakeven. Nun bleiben jetzt noch die Super Rare, die Epic und die Legendaries, welche zu 16, 10 und 8% bekommen, welche zusammen eine Gewinnchance von 34% ergeben. Diese verglichen mit der Verlustchance ist nur eine Differenz von 4%. Und in diesem Fall fällt der Gewinn wieder höher aus, als der Verlust und nun on top ist das Chroma nicht einberechnet. Denn in einem Rare Egg besteht eine Chance zu 50%, dass ihr ein Chroma Level bekommt, welcher euren Fisch nochmal um einen gewissen Prozentwert an Beute boostet. Also, ganz lecker eigentlich. So, das war mir gerade total anstrengend, aber wirklich extrem wichtig, denn das sind sozusagen die Basics dieses Game. Wenn du jetzt verstanden hast, wie das Ganze funktioniert und vor allem das Oracle System, dann stellt euch jetzt vor, ihr könnt euch jetzt Eier kaufen, welche immer denselben Wert haben, aber steigt jetzt der Preis vom Token, fallen automatisch die Eier. Ihr behaltet denselben Wert eurer Korallen und könnt somit die Eier günstiger kaufen. Das heißt, das Beste, was tatsächlich uns jetzt passieren kann, ist ja klar, ist, dass jetzt langsam anfängt der Token wieder zu steigen. Hoffentlich mit PvP und ihr bis zu diesem Datum genug Korallen selber angefarmt habt, indem ihr eure Fische gefüttert habt oder vielleicht sogar ein bisschen reingekauft habt. Beide Dip. Und ja, am Ende des Tages, der Marketplace ist down, aber meiner Meinung nach total egal. Angelt euer Essen einfach selber, ihr kommt dabei ungefähr auf denselben Wert bei raus und ihr habt noch eine Chance auf ein Ei. Und der zweite Punkt, wenn ihr gerade investieren wollt, kauft euch Eier. Die Chance, dass ihr im Profit rausgeht, ist gar nicht mal so schlecht. Dennoch möchte ich im letzten Punkt erwähnen, dass hoffentlich der Content von Coin2Fish ein wenig an Qualität gewinnt. Nicht an Quantität, aber an Qualität. Denn die aktuelle Beta, ich weiß nicht, ist wirklich nicht so meins. Da gefällt mir tatsächlich das Browser-Game besser. Klatscht nicht alles mit Ads voll, es ist super nervig. Und ich hoffe, ihr rockt das PvP-System so richtig. Wohin sich natürlich der Tokenpreis nun entwickelt, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, solange der Marketplace down ist und es kein Content kommt, wird er langsam, langsam weiter fallen. Vielleicht sich stabil so um die 1 halten. Und bei PvP könnte es wieder einen leichten Pump geben. Ob wir jemals nochmal ansatzweise Richtung 1 Dollar kommen, ich glaube es tatsächlich nicht. Denn die, die investiert sind, sind bereits investiert. Und ich glaube, so viele neue werden nicht mehr hinzukommen. Dennoch, aufgrund des Orakel-Systems, unser Einkommen bleibt mehr oder weniger konstant. Mehr oder weniger, ein Riesenvorteil an dem Spiel. Man muss es nur genau verstehen. Also Freunde, falls wir dieses Tief überstehen sollten, wird es danach auf jeden Fall ziemlich lecker für uns. Bevor ihr jetzt aber nun irgendwelche überschnellen Entscheidungen trefft, tut mir einen Gefallen. Denkt erstmal selber drüber nach und bildet euch euer eigenes Bild davon. Das ist alles nur meine persönliche Meinung. Ich kann komplett daneben liegen. Daher würde mich tatsächlich sehr interessieren, was denkst du von dem ganzen Thema? Wie gehst du damit um? Was sind deine Gedanken dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wir können gerne ein bisschen diskutieren. Ansonsten würde ich mich nun am Ende des Videos noch über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß weiterhin beim Füttern. Wir hoffen das Beste. Bis zum nächsten Mal.